Hallo, meine lieben Freunde, was geht? Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play Pokémon Mystery Dungeon Erkundungsteam. Himmel, wir machen jetzt nicht, ähm, Dialga, sondern erstmal, ähm, äh, ja, das ist eine gute Frage. Scheiße, einen Moment. So, wir machen erstmal Vesprit, und zwar in der Dunsthöhle. Wir müssen ja Vesprit, Dobutz und Selfie und Dialga und Palki im Team haben. Und, ja, als erstes kommt halt Vesprit. Die tritt uns halt beim zweiten Besuch bei. Ähm, ich glaube, wir müssen nicht mehr bekämpfen. Also jeder tritt uns beim zweiten Besuch dieses Pokémons bei. Okay, das heißt, ich weiß nicht, ob wir kämpfen müssen. Ich weiß nicht, ob wir, äh, nicht kämpfen müssen. Ich hab keine Ahnung. Auf jeden Fall beim zweiten Besuch des Dungeons. Beziehungsweise des Pokémons. Angreifer, was ist Angreifer? Ich hab keine Ahnung. Biku, Angreifer. D-d-d-d, das Pokémon wird sehr aggressiv. Angreifer, okay, allerdings sinken. Okay. Okay. Ja, macht jetzt nicht so einen großen Unterschied. Also von daher, schätze ich zumindest, dass es nicht so einen großen Unterschied macht. Ich weiß es nicht genau. Wieso mach ich, wieso mach ich nicht einfach einen normalen Angriff? Ich weiß es nicht. Naja. Ich hab schon wieder vergessen, ähm, bis welche Ebene dieser Dungeon geht. Ich hab echt null Ahnung. Aber wir werden es ja herausfinden, wenn wir am Ende des Dungeons angekommen sind. Oh mein Gott, wir hätten es erwartet. Äh, ähm, ja. Wir schlafen ein. Ich hasse Schlaf. Es ist so unnötig. Alter! Wir haben aber... Okay, wir haben, glaube ich, gerade einen sehr schönen Schlaf gehabt. Sehr schönen Traum oder so. Wollten wir nicht aufwachen. Alles klar. Ach, und Dings muss ja im Team sein, ne? Manafi? Ich glaub, Manafi muss dem Team auch beitreten. Ich muss mir das nach dem Part nochmal durchlesen. Wir haben Beliebers anbekommen. Cool. Sehr, sehr cool. Okay, hier kommen... Doch, hier kommen wir weiter. Das... Oh, macht doch okay. Naja, egal. Ist ja nur ein Attacke und dann ist das Pokémon besiegt. Das ist ziemlich, ziemlich geil. Oh, da ist ja schon die Treppe gewesen. Eiskalt an der Treppe einfach vorbeilaufen, Alter. Wie kann ich das wagen? Naja. Dunstöhle E7. Hallo, Janma. Zack. Wie Spiralband. Okay. Ich weiß halt nicht, was ich erzählen soll. Oh. Wir sind Mitte des Dungeons. Okay. War das jetzt acht Ebenen nur? Lol. Alles klar. Das heißt, hier werden auch nicht so viele Ebenen vorkommen, denke ich. Ein Flora Gummi. Sehr geil. Sehr, sehr geil. Die Kuh steigt merklich. Das ist doch schön. Sowas liest man gerne. Hallo, Snubbull. Ne, Granbull ist das. Stimmt. Hallo, Granbull. Hatten wir in dem Dungeon damals Probleme? Ich weiß es nicht mehr. Ich weiß es echt nicht mehr. Ich glaub nicht, oder? Ne, ich glaub nicht. Oder? Ich weiß es echt nicht mehr. Ne, ich glaub, wir hatten nicht mal beim Kampf gegen Groudon Probleme. Ich bin mir noch nicht so sicher. Zack. Hallo, Granbull. Oh Mann, ey. Jetzt gerade verfluche ich meine Link-Attacken. Dass ich Link-Attacken hab, weil ich keinen Bock hab, die einzusetzen. Weil das Pokémon eh nach einem Angriff besiegt ist. Also nach einer Attacke. Ach Mensch. Ach, komm. Sowas hasse ich natürlich auch. Man sieht schon den nächsten Raum, aber kann ihn nicht betreten, weil... Wand. Weil... Wand. Ach Mensch. König auch ab. Nice. Oberen Dunzhöhle E4. Ein Kraftband bekommen? Okay. Sonst hätte ich mich immer darüber gefreut, ein Kraftband zu finden. Aber jetzt, wo ich mittlerweile gecheckt hab, dass das Kraftband nicht immer nur... Ähm... Angriff und Spezialangriff erhöht, sondern nur Angriff. Ähm... Ja. Bringt's mir auch nicht mehr so viel. Ich weiß auch nicht, wie ich das immer gedacht hab. Kraftband. Das klingt halt nach Kraft. Ja, geil. Mehr Damage. Durch alles. Oh. Krass tight. Geh weg. Was bringt es eigentlich, wenn ein Pokémon blinzelt? Kann mir das jemand sagen? Ich weiß es nämlich nicht. Hat es? Ne. Etwas. Okay. Ich war grad am überlegen, ob Haru halt... Äh... Flug-Pokémon ist, aber ist es nicht. Aua. Zwei Damage. Es ist irgendwie... Weiß ich nicht. Dieser Damage ist so langweilig. Wir brauchen trotzdem... Okay. Gar nicht mal so lange hier durchzukommen. Kommt mir irgendwie länger vor. Ich weiß auch nicht, warum. Ha. Zack. Ähm... Doki. Super. Hallo, Selfer. Ich bin Selfer. Ich bin der Mächte des Nebelsees. Dass ihr hier absichtlich eindringt, kann eigentlich nur eines bedeuten. Ihr seid gekommen, um mich zum Kampf herauszufordern. Sehr gut. Eure Herausforderung. Ich nehme sie an. Kommt. Okay. Wir müssen also Selfer doch nochmal bekämpfen. Das schaffe ich auch, glaube ich, alleine. Ich weiß ja nicht. Ach, komm. Okay, so viel Damage macht es nicht. Vor allem, wenn es nur normale Attacken used. Also, es ist nur normale Angriffe. Wie lange bin ich denn handlungsunfähig, Alter? Heilige Kacke. Fix. Schaden. Wurde festgelegt. Okay. Wow. Yeah. Dass dieser Tag kommen würde. Vielleicht habe ich es dabei gesehnt. Selfer möchte dem Team beitreten. Ja. Es braucht keinen großen Namen. Ja. Wir können... Ja. Die sind jetzt ein Team. Und wer bewacht jetzt die Nebelsee? Ach, es muss eigentlich... Ja, stimmt. Muss ja keiner mehr bewachen. Es gibt dort ja keine Zahnräder der Zeit mehr. Der nächste Morgen. Ich habe einen YouTube-Kommentar bekommen. Alles klar. Zack. Okay. Und dann geht es jetzt ab in die Kristallhöhle? Ach, verdammt. Ich sollte mir solche Dinge merken. Einen Moment. Äh, kurz switchen. Genau. Nein, Treibsandgrube und danach Kristallhöhle. Okay. Treibsandgrube und danach Kristallhöhle. All is knar. Mm, mm, mm. Treibsandhöhle. Nicht Treibsandgrube. Nein. Treibsandhöhle. Obwohl, wahrscheinlich ist Treibsandgrube der zweite Teil des Dungeons. Schätze ich jetzt einfach mal. Okay. Save. Ähm. Ne, jetzt kommt Torbutz, glaube ich. Ja. Torbutz kommt jetzt. Ne, Vesprit kommt jetzt. Vesprit. Genau. Torbutz ist der in der Kristallhöhle. Ähm. Ja, gut. Ich glaube, die drei sollten wir eigentlich schaffen. Also. Die beiden jetzt noch. Vesprit und Torbutz sind in dem Part. Schätze ich jetzt einfach mal. Doch, 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 doch. Ich jetzt schon. Wir sind bei acht Minuten. Neun Minuten. Fast. Das packen wir. Das packen wir. Ich glaube, wir können sogar dann schon den Dungeon von Dialga anfangen. Obwohl, nee. Ich will nicht mit einem Dungeon aufhören. Das ist doof. Außerdem müssen wir erstmal noch das verborgene Land machen. Und danach. Äh. Den Zeiturm. Glaube ich. Ich bin mir da nicht sicher. Ich habe das seit Ewigkeiten nicht mehr zweimal gemacht. Also. Zum zweiten Mal. Äh. Ihr wisst, was ich meine. Ach komm. Als ob wir. Och Mensch. Als ob wir jetzt. Hier. Rein müssen. Hallo Treppe. Hallo Sondama. Ach Mensch. Immerhin finden wir noch ganz schön viel Poké hier. Das ist sehr, 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 sehr gut. Sehr, sehr, sehr gut. Eisendorn. Auch noch. Das ist sehr gut. Ich liebe Eisendorn. Ich weiß nicht. Ich bin irgendwie nicht der Fan von Silberdorn. Und Stock. Ich weiß selber nicht warum. Macht das eigentlich da? Ich weiß nicht. Gibt es da einen Unterschied? Der Damage. Also vom Damage her irgendwie. Ich habe keine Ahnung. Ich habe echt keine Ahnung. Hallo Poké. So. Habe ich irgendwas zu erzählen? Nein. Ich habe nichts zu erzählen. Mann. Ich bin enttäuscht von mir. Ich bin enttäuscht von mir. Ach genau. Ich habe heute. Also für euch. Gestern. Ja. Gestern. Ähm. Das ist das 2017. Willkommen im 2017 Video hochgeladen. Ich bin mal gespannt. Wie ihr es finden werdet. Oder wie es angekommen ist. Ähm. Ja. Ja. Wie ihr es findet. Was ich daran gesagt habe. Ähm. Wie ihr, wie ihr, ähm. Ja. Projekt Wiederbelebung und mehr Real-Life-Projekte etc. finden werdet. Ich bin mal gespannt auf euer Feedback. Sehr, sehr, sehr gespannt. Und wie ihr die neuen Formate finden werdet vor allem. Ich habe, ich weiß, was ich vergessen habe anzusprechen. Shit. Shit. Jetzt fällt es mir ein. Wow. Jetzt, wo das Video schon rum ist. Damn. Wir haben schon wie brava. Tut mir leid. Wir brauchen dich nicht mehr. Zack. Das schaffst du alleine. Haru. Das schaffst du alleine. Siehste. Und wir sind Level 52. Okay. Sehr geil. Eigentlich will ich ja Haru auch noch Level 55 kriegen. Sodass er sich zur Li-Belt reinwickelt. Ich weiß es nicht, ob es Level 55 war. Aber ich bin der Meinung, es war Level 55. Okay. Elf Minuten. Ja. Es könnte vielleicht doch knapp werden mit Tobots. Äh. Ja, doch. Tobots. Könnte knapp werden. Wir sind jetzt bei der Hälfte. Ich weiß nicht, wie lange jetzt noch die Treibsandhöhlengrube ist. Treibsandgrube. Wie viele Ebenen wir hier machen müssen. Deswegen. Danach müssen wir auch noch die Kristallhöhle machen. Ansonsten schneide ich halt irgendwie ein bisschen was. Ich muss ja am Anfang auch noch das Raussuchen des Dungeons schneiden. Verlocke auch nochmal eine Minute. Irgendwie so. Ja, werden wir schon. Werden wir schon irgendwie hinkriegen. Hä. Ja. Zack. Zack. Okay. Das besiegt. Und nächste. Oh Mann. Ich hasse Wetter. Ich hasse Wetter. Eigentlich müssten wir, damit das LP auch noch wirklich komplett ist. Auch noch den Meister Dungeon. Ich weiß nicht, wie dieser Dungeon heißt. Das ist der Meister Dungeon. Das ist der schwerste Dungeon. Mystery Dungeon. Hä. Ähm. Eigentlich müssten wir den auch noch machen und schaffen. Aber. Nee. Nee. Ich bin froh, dass wir glaube ich keine 100 Parts brauchen werden. Für dieses Projekt. Für dieses Projekt. Ähm. Ja. Und ich denke, es wird langsam auch Zeit. Endlich für ein weiteres neues Projekt. Und dass Mystery Dungeon wirklich abgeschlossen ist. Es wird Zeit. Es wird Zeit. Eigentlich ist es hiermit ja schon. Also seit dem letzten Part ja schon. Komplett abgeschlossen. Aber ich will halt mich endlich noch entwickeln können. Ich will es. Ich will es. Das ist mein. Ziel. Seit dem Beginn. Dieses Spiels. Haro könnte auch irgendwie mal angreifen. Irgendwie greift er mir zu selten an. Ich weiß es auch nicht. Ich habe keine Ahnung, warum nicht. Haben wir irgendwie eine IQ-Fähigkeit aktiviert, die nicht so gut ist. Oder so. Ich habe keine Ahnung. Keine Ahnung. Hallo Hippobutters. Nein. Ich möchte dich nicht ins Team aufnehmen. Wir brauchen keine weiteren Pokémon mehr. Wir brauchen nur noch die vier weiteren Legendären. Ich glaube es sind vier. Ähm. Und. Mehr nicht. Mehr brauchen wir definitiv nicht. Was ist das hier denn für eine Verzweigung, Alter? Damit es ein Wetterverhältnis ist. Echt. Komm schon. Sandama und Sandan. Die haben mich damals schon aufgeregt. Das weiß ich noch. Das werde ich auch nie vergessen. Das werde ich nie vergessen. Wie ich einfach mich daran tot attackt habe. Dadurch, dass die ständig ausgewichen sind. Das war anstrengend. Das war mega anstrengend. So. Zack. Sind wir auf U10 irgendwie erst am Ende oder so? Ich habe keine Ahnung. Ich habe null Ahnung. Das besiegt. Okay. Oh Mann. Sandama geht weg. Ich scheiße. Ich scheiße. Scheiße. Meine Linkattacken wurden getrennt. Ja. GG. Egal. Ist okay. Ich brauche sie gerade eh nicht. Ich brauche sie gerade eh nicht. Obwohl gegen den Kampf. Ja. Obwohl. Da ist eigentlich Gigasarger und Knirscher besser. Dadurch, dass Knirscher effektiv ist. Gegen Tor, Boots, Vesper, etc. Aber naja. Komm schon. Ich hasse diese. Ma. Wetter. Wetter im Pokémon. Nervlich. Ass fuck. Okay. Zack. Greif es doch noch zu Ende an, Haru. Greif es doch noch zu Ende an. Besiege es doch einfach. Was ist daran so schwer? Hey. Okay. Wir sind bei Vesperit. Schweb nicht über dem Wasser. Das ist unfair. Ich bin Vesperit. Ich bewache den Untergrundsee. Euer Eindringen hier kann nur eines bedeuten. Ihr seid hier, um mich zum Kampf herauszufordern. Wie amüsant. Eure Herausforderung. Ich nehme sie an. Kommt schon. Ja. Leichtes Spiel mit dir, Vesperit. Leichtes Spiel. Fixieren. Ach komm. Zack. Wow. Das war wirklich ein leichtes Spiel. BTF. Ich habe verloren. Ja, wir nehmen Vesperit auf. Vesperit soll keinen Spitzenamt kriegen. Nein. So. Gut. Eigentlich haben wir... Das ist jetzt auch schon geschafft, ne? Eigentlich sind wir jetzt fertig. Auch mit dem Part. Auf einen weiteren tollen Tag. Ja, es schließt sich nicht jetzt gleich Manafi bei uns an. Nach zwei weiteren Missionen irgendwie. Das waren ja so gesehen Missionen eigentlich, oder? Eigentlich ja schon. Wir können mal kurz zum Strand gucken. Gucken, was da los ist. Gucken, ob Manafi dort ist. Aber nein, es ist nicht. Auch kein... Keine Flasche. Vielleicht ist ja auch... Irgendwer... In der Gilde? Ich habe keine Ahnung. Hier hinten ist nichts, okay? Warum kriegt die Gilde eigentlich keine neuen Rekruten, die in das Bettchen da können, oder in die beiden Bettchen dort? Ich weiß es nicht. Was sagt Knuddelhoff eigentlich? Die zwei sind fantastisch. Die haben die Welt nicht einmal, sondern zweimal gerettet. Ich bin der Ansicht, dass ihr ein unglaubliches Erkundungsteam werdet. Sogar dem legendären Team Schatzsucher ebenbürtig. Setzt eure Erkundung fort. Team Schatzsucher? Was ist das für ein Team? Das wäre sehr gerne mal interessant zu wissen. Was? Das würde ich sehr gerne mal wissen. So, übrigens, um an diesen besten Dungeon zu kommen oder so, müssen wir ganz viel hier trinken, war das, glaube ich. Und ich bin hier saffbar. Genau, welche Zufall... Achso. Nehmen wir mal... Slime-Kost. Für mich. Ja. Ja, ganz genau, genau. Diese Richtung schütteln. Jene Richtung schütteln. Ordentlich verquirlen. Dieser Geschmack ist wahrer Kenner. Dieser Geschmack. Dieser strengen Geschmack. Nur der alles überlagernde Geschmack bleibt. So schlimm, dass mir die Tränen kommen. Schock. Angriff. Was? Ey, das ist jetzt unfair. Kommt mir nicht irgendwie... Weiß nicht. Hier steht doch ein Typ. Genau, wir sind die Pokébaks und die... Hierarchie? Oh, cool. Cool. Ja, da stehen nämlich öfter mal Pokémon und die geben uns dann Auftrag. Alles klar, Hierarchie. Brauchen wir nicht, aber egal. Ich hoffe, es hat euch gefallen, Leute. Wir sehen uns bei DAS nächstes Mal wieder. Haut da rein.